Max in unter einer Minute. Max ist ein hinterhältiger Diebes-Waschbär, welcher mit Bogen, Bombe und Speer angreift. Mit seiner Aktiv dasht er nach vorne und klaut Gegnern ein Item und mit seiner Passiv bewegt er sich ein bisschen schneller. Auf Level 10 hat er 5277 Leben, macht 1879 Schaden und hat ein Tempo von 75. Skins hat er bis jetzt einen und zwar den neuen Gassenbänkel Max und den bekommt ihr auf Level 10. Die besten Items fehlen sind Verband, Heilige Sandalen, Glücksleckerli und Self-Defibrillator. Max wurde tatsächlich nicht vom Super-Team erstellt, sondern von einem Fan im Fan-Contest. Ja Leute, das war's jetzt vom Video. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welchen Charakter ihr als nächstes sehen wollt in einer Minute und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Dabeisein und ciao!